In der Halbzeitpause wurden wir richtig schön lang gemacht von Hans Narfer. Er fand sich aber auch geil. Das war das Beste. Alle, die Fresse halten hier! Alle, die da draußen sind, hier auf der Ball! Ihr macht so, als werdet ihr Weltmeister! Die, die spielen, machen das, die machen das, die machen das! Haltet an die Fresse! Das war das Beste. Wir brauchen das, wir brauchen das. Die Leute müssen aufwachen. Ihr tut so, als werdet ihr besser! Lasst die da dritten spielen! Wir sind die bessere Mannschaft! Wir haben dir drei Tore geschenkt! Habt ihr sie geschenkt oder was? Hat ja dann gut geklappt, ne?